Psychografische Kriterien sind Einstellungsfragen. Charaktermerkmale sagen auch manche. Beispiel Ökos. Es gab auch mal eine Zielgruppe, die nannte man die Yappies oder Dings. Double Income, No Kids. Ist eigentlich ja eher demografisch. Double Income, No Kids. Eigentlich eher demografisch. Aber man macht es in der Betrachtung zu einer Lebenseinstellungssache. Was war die Einstellung der Generation meiner Eltern? Unsere Kinder sollen es mal besser haben. Kennen Sie das? Unsere Kinder sollen es mal besser haben. Was ist die Einstellung von Dings? Double Income, No Kids. Wir wollen es gut haben. Psychografisch. Nicht so sehr demografisch. Sie sehen aber auch, die Grenzen sind fließend. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.